Willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4. Wir sind zurück im Untergrund der Old North Church bei der Railroad und ja, wir haben ein Problem. Wir kommen da nicht rein. Ja, das Problem ist, ich habe ein bisschen recherchiert, es gab jetzt wieder eine Videoabstinenz. Ich werde auch erst mal die nächste Zeit nicht mehr sagen, es gibt jetzt wieder stabil Videos, weil immer wieder was dazwischen kommt. Also ihr merkt, wenn es wieder wirklich kontinuierlich weitergeht. Auf jeden Fall, dadurch, dass wir die Captain Cal Quest angenommen hatten, ist wohl irgendeine Quest gestartet. Deswegen waren hier auch am Anfang Bruderschaftsleute, dass man quasi mit denen diese ganze Festung hier stürmt. Und dadurch ist diese Tür wohl zu und im Laufe der Quest springt man diese Tür wohl auf. Jetzt weiß ich nicht, ob wir mit Explosionswaffen irgendwie das Ding sprengen können. Danach sieht es aber bis jetzt nicht aus. Denn alternativ würde ich jetzt hingehen und mich durch die Wand cheaten. Weil es ein Scriptfehler ist, ich denke, das ist in Ordnung. Dennoch möchte ich nochmal probieren, wie wirklich mit richtigem Sprengstoff wie einer Granate diese Tür irgendwie ein bisschen lockerer zu machen. Ich glaube, ich versuche es mal frontal, auch wenn das bestimmt wehtut. Ich versuche es nicht frontal. Alles okay, Hancock? Nein, es ist nichts. Nee, es ist nichts. Nee, wir kommen hier anscheinend nicht durch. Ja, und wie gesagt, ich habe ein bisschen recherchiert und es würde jetzt wohl gar keine Quest, äh, gar keine Möglichkeit geben, diese blöde Tür aufzubekommen. Deswegen machen wir uns das ein bisschen einfacher. So, und wir sind durch die Tür. Ja, wir machen das Ganze mal so. Ah, wunderbar. Ja, dann gehen wir ohne Hancock. Ist ja auch kein Problem. Aber wie gesagt, auf normalem Wege kommen wir durch diese Quer nicht durch. Und die haben jetzt alle Gleisgewehr, ja? Passend zur Railroad. Na super. Na gut, dann steht uns ja wohl nichts mehr im Wege, glaube ich. Wie gesagt, es passt mir nicht so wirklich, dass wir die jetzt abknallen müssen. Wobei ich das mit Donja, das auf jeden Fall nicht wirklich leiden konnte. Deswegen macht es mir nicht so viel. Tüftle Tom war auch so ein Blow. Keine Ahnung, die meisten hier haben hier nichts getan. Aber gerade das kann ich halt auch nicht leiden. So, und wir müssen anscheinend jetzt unsere ganzen alten Kontakte hier auslöschen. Aua. Holy Shit. Ach, das ist hier diese komische Glory. Der Synth. Ja, Glory. Das ist aber keine einzigartige. Ich habe mich gedacht, du hättest mal ein bisschen was Besseres hier. Und jetzt hast du nicht mal mehr Arme. Ja, Railroad HQ Schlüssel. Gleisgewehr kannst du behalten. Wobei wir haben noch kein Gleisgewehr. Deswegen nehmen wir was mit. Ist ja immerhin eine einzigartige Waffe. Und wir töten tatsächlich auch die ganzen NPCs hier. Wir müssten ja jetzt auch Richtung Pam kommen. Pam habe ich hier nicht gesehen. Die steht wahrscheinlich weiter hinten. Ja, aber wir haben ja echt ordentlich aufgeräumt. Ich habe ja nicht mal gezielt. Ich habe ja einfach drauf gehalten, in den Gang rein. Aber das hat ja schon gereicht. Drei Milas kannst du behalten. Bramenschädel ohne Kiefer. Ne, mit Kiefer hätte ich den genommen. Aber ohne, weil ich den Schrott. Pam. Systeme gesperrt. Stelle statistisches Modell für Operation Team-Party auf. Okay. Ja, ich glaube Pam ist ziemlich am Arsch. Aber Pam hat uns ja nichts getan. Gehört nicht mehr zu unserer Quest. Das heißt, wir lassen Pam auch in Ruhe. Ich meine, es gibt genug alte, durchgeknallte Roboter. Der eine mehr oder weniger. Der tut dem Ötland jetzt nicht weh. Deswegen. Hancock hat das nicht getan. Hancock, das sind unsere Feinde, du Pümmel. Diese Noobs. Na gut. Ja, das war jetzt der einzige Weg, wie wir das jetzt noch richtig lösen konnten. Von dem, was ich im Netz gefunden habe. Und mir auch ein Zuschauer aus dem Stream Zero geschrieben hat. Weil der hat auch mal geguckt, nachdem ich das im Stream erzählt habe. Ich habe im Stream live geguckt. So ziemlich nach der Aufnahme letztens. Woran es gelegen hat. Und... Ne, nicht woran es gelegen hat. Aber gezeigt, was passiert ist. Und Zero hat dann direkt mal recherchiert und das gefunden. Ich habe es dann auch nochmal gelesen. Und dann haben wir es trotzdem nochmal versucht im Stream. Und das hat einfach nicht geklappt. So, das mit dem Aufsprengen wäre wohl eine Möglichkeit in der Quest gewesen. Wodurch die Tür gesperrt wurde. Ich weiß aber nicht, wie man die dann aufsprengt. Und ich habe es jetzt einfach mal spontan mit einer Granate und mit der vorstelligen Flinte probiert. Aber das hat ja offensichtlich nicht geklappt. Und jetzt haben wir die Quest auch so durch. Was wir jetzt als nächstes machen, ist nicht die Quest abgeben. Denn wir haben noch was anderes auf unserer Strichliste. Und das ist ganz schön im Westen von dem ganzen Haufen Müll hier. Und zwar wollen wir nochmal nach Mass Fusion. Ich habe gar keine Ahnung mehr, wo das war. Das ist echt unpraktisch, weil ich habe wirklich gar keine Ahnung, wo das war. Äh, war das nicht hier in der Stadt irgendwo? Mass Fusion? Mass Fusion. Wir wurden dahin teleportiert und sind weggeschnell reist, oder? Das ist das Problem. Mass Pike. Osttunnel. Walls. Bulls. Alles Müll. Ja, das kann jetzt das werden. Mir fehlt eine Suchetaste, ja? Sucheort. Zinderort. Reise zu Ort. Das ist so ein System, das hat sich schon oft bewährt. Und ich glaube, hier wäre das auch gar nicht mal so schlecht, ja? Aber, wie soll ich sagen? Ja, am besten mache ich einen Cut, würde ich sagen, ne? Weil, ich glaube, das kann dauern. Scheiße. Das muss doch irgendwo in der Stadt sein. Ich gucke jetzt nochmal mit euch systematisch die Stadt durch. Äh, CRT, Polizeirevier, bla bla bla, Rocky, Rocky, Doki, Wocky, Wintown, Sendeturm, Vault, Diamond City. Mass Fusion war doch eins der höchsten Gebäude. Ich versuche mich gerade an die Aussicht zu erinnern. Ich glaube, es war hier irgendwo in der Ecke. Duper duper mad. Auf jeden Fall irgendwo mit Ausblick auf die ganzen verkackten Dreckswolkenkratzer. Das heißt, es muss irgendwo... Hier in diesem Kreis müsste es irgendwo sein. Weil ich meine, hier auf diese Skyline hat man halt geguckt, so ein Mass Fusion Gebäude. Boah, sowas ist voll zum Kotzen, echt. Warum kann man nicht einfach ein paar Buchstaben eintippen und dann taucht man da auf. Trinity, Stadtbibliothek, Revier 8. Mass Pike. University Point. Kaufhaus. Firmor. Wilton. 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 Mount Alley. Ich weiß nicht, ich bin mir irgendwie sicher, man hat auf diese Skyline der Stadt geguckt. Aber irgendwie finde ich nichts. Ja, dann würde ich sagen, ich mache schon mal einen Cut, ne? Knapp daneben ist auch vorbei, sagt man. Hier liegen zwei aufeinander. Das sieht man auch, wenn man ganz nah ran zoomt. Aber ich war eben so, habe so gemacht und es dann nicht richtig erkannt, weil hier alles aufeinander liegt. Ja. Äh, Vorstandszug, nein, Mass Fusion Gebäude, genau. Ja, mir wurde gesagt, ich habe dort etwas vergessen. Ich habe das geprüft, aber in der Aufnahme und habe gesehen, ich habe tatsächlich was vergessen. Ich habe mich nicht angelogen, das ist schon mal ein Pluspunkt, Sympathiepunkt für euch. Auf jeden Fall, ähm, war da was versteckt und ich muss sagen, ohne euch hätte ich das nicht gefunden. Ich meine, offensichtlich. Ich fand, das ist schon extrem versteckt gewesen. Das war schon echt pervers. Aber, seht selbst. So, gehen wir erstmal nochmal hier rein. Da gibt es übrigens auch schon Mods für die Ladezeiten. Hätte ich vielleicht mal installieren sollen. Wie gesagt, das Spiel ist auf einer SSD, aber, naja, da passiert das Spiel nicht sonderlich. Yo. Ach, das sind die Sims, ich dachte, das war so. Ja, und zwar haben die Leute von Mass Fusion sich gedacht, warum nicht mal richtig krass sein und für unsere Mitarbeiter Wackelköpfe an den unglaublichsten Stellen platzieren. Ja, wir haben ja hier diese schöne Aussicht, wenn man hier hochfährt, eine schöne Lampe da. Ihr habt es nicht gesehen, oder? Na gut, mag am Stream liegen. Also an der Aufzeichnung. Jetzt lass mich doch raus. Nein, ich will gar nicht so hoch. Hätte ich jetzt eine Power-Restung? Ja, mein Plan war irgendwie, da unten wieder rauszukommen, aber wir sind das eine Mal wohl damals nur gehalten, weil der komische Paladin uns den Strom abgezapzert hat. Und, ähm, ja, da werde ich wohl nochmal ganz runterfahren müssen, weil das hat mir jetzt nicht so viel gebracht. Scheiße. Ja, der Aufzug ist Hardcore durchgefahren. Ich hab gedacht, wir können irgendwo anhalten, aber anscheinend mag der Aufzug das gar nicht, ja, anhalten. Egal, dann habt ihr nochmal... Wow. 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 Holy shit. Was war das denn? Ähm, ja. Ich sag dazu nichts, auch nicht, dass das in Bethesda-Spielen ziemlich häufig passiert. Aber ich sag ja nichts dazu. Ja. Gucken wir mal, wo wir jetzt auftauchen. Oh. Mein Licht. Aha. Ja, ich versuch mal, den Aufzug zu finden. Den Ausgang, den richtigen. Sag mal, was ist denn hier los? Oh, was macht der denn hier mit mir? Wo ist denn dieser Aufzug angeblich hingegangen? Ja, wir... Wir cheaten uns hier raus. Es ist ja lächerlich. Also, hier kann ich nicht hin. Da kann ich nicht hin. Da kann ich... Wir sind in dieser Kuppel drin und es gibt hier aber nichts. Wir hätten... Da. Da hätten wir drin stehen müssen. Da, wo gerade auch Hancock stand. Wir sind irgendwie, als wir gespawnt sind, runter wieder geglitscht. Hä? Und jetzt habe ich keinen Aufzug, weil ich ohne Aufzug... Ist doch alles scheiße, echt. Ja. Scheiße. Also. Wir machen das dann doch auf die altmodische Art. Hallo? Jetzt geht mir Collision. Danke. Ja. Wir gehen zu Fuß. Das ist mir zu viel Unsinn hier mit euch. Holy shit, ey. Ja, also. Keine zweite Chance für euch mit dem Aufzug. Wir suchen uns jetzt den Weg nach oben, ohne den Aufzug. Machen wir mal dieses hässliche Gebäulicht aus. Man kann die Farbe ja wunderbar verstellen. Ich weiß. Aber da bin ich jetzt einfach mal zu vornehm für. Denn wir haben ja ein Ziel. Wir wollen nach oben. So, und hier kommen wir tatsächlich nach oben. Jetzt sind wir auf der Ebene, wo ich hin möchte. Äh. Oder auch nicht. Ich glaube, wir sind auf einer Zwischenebene, Tatsache. Ja, ich möchte aber noch höher. Aber das vergoldete Sturmfeuerzeug nehme ich. Da ist immerhin Gold dran. Auch wenn nicht viel. So, dann hier lang und... Ne, da geht's nach unten. Äh. Hier geht's nach unten. Juhu. Noch eine Zwischenebene. Eine müssen wir noch hoch. Das kriegen wir auch noch hin. Hier. Kleiner Heckenschütze. So. Ja. Ja. Normalerweise kommt man da einfacher hin. Aber... Wenn wir spielen, ist ja selten was normal. Wenn man mal ehrlich ist, oder? Ich meine, wie oft haben irgendwelche Quests bei mir rumgebackt? Ich meine, wir kommen ja gerade... Aus irgendeinem Grund konnte ich da nicht rein, weil das Clipping wieder scheiße ist. Gut, ich würde sagen, ich mache eben Cut, sammle das Scheißding wieder ein, damit wir hier nicht noch mehr Zeit verschwenden. Und dann geht's ab nach... Ja, weil wir haben ja keinen Aufzug, wenn wir wieder hier runterkommen. Das ist... Ja, wir sehen uns gleich. Ich war so frei und bin schon mal hierhin. Ja. Sie sind bestimmt stolz auf das, was Vater getan und aufgebaut hat. Solange da nichts mit dem Aufzug zu tun hat, ja. Ja. Wir suchen schon. Wir haben eine Quest abzugeben. Und wir haben ein Level Up. Das will ich auch eben machen. Weil das mit Linke und die Anzeige geht mir jedes Mal ziemlich auf den Zwirn. Wir haben schon mehr Tragegewicht geskillt. Haben hier noch ruhige Hand immer auf Zielen. Die Genauigkeit beim Abfeuern von Schoßwaffen aus der Hüfte ist verbessert. Ja, aus der Hüfte machen wir selten. Nur mal mit der vorstelligen Flinte, aber auch eher selten. Pistolenschütze können wir noch aufwerten. Und ich meine, warum nicht? Ich meine, ich finde den Erlöser richtig geil. Das ist bis jetzt meine Lieblingswaffe. Abgesehen vom Gatling Laser. Der ist auch ziemlich geil. Oder der vorstelligen Flinte. Ist der Erlöser wirklich? Ist der Atom meine Lieblingswaffe? Ich meine, das war nur eine 10mm Pistole. Glaube ich. Ja doch, ist es. Und ich war mir gerade nicht sicher, ob 8 oder 10. Aber das Ding ist einfach so unglaublich cool. So, schon.